Ein Interessenverband ist ein auf Dauer angelegter Zusammenschluss von Personen, der den politischen Willensbildungsprozess und das staatliche Handeln beeinflussen will. Interessenverbände versuchen, auf die Gesetzgebung Einfluss zu nehmen. Ihre Tätigkeit bezeichnet man als Lobbyismus. Im Unterschied zu Parteien nehmen Interessenverbände nicht an allgemeinen Wahlen teil. Formen und Möglichkeiten Vereinigungen, die als Interessenverband agieren können, gibt es in fast allen Bereichen der Gesellschaft. Sie können nach ihren Tätigkeitsfeldern in fünf Gruppen eingeteilt werden. Vereinigungen im Wirtschaftsleben und in der Arbeitswelt Wirtschaftsverbände ZB Bundesverband der Deutschen Industrie, Deutscher Industrie- und Handelskammertag Gewerkschaften ZB Deutscher Gewerkschaftsbund Beamtenbund Verbraucherverbände ZB Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände Vereinigungen mit sozialen Zielen Wohlfahrtsverbände Deutscher Mieterbund Vereinigungen im Bereich Freizeit und Erholung Hobbyvereine Sportvereine Vereinigungen in den Bereichen Kultur und Wissenschaft Verband der Historiker und HistorikerInnen Deutschlands Vereinigungen mit ideellen und gesellschaftspolitischen Zielsetzungen Menschenrechtsorganisationen Tierrechtsorganisationen Naturschutzorganisationen Möglichkeiten und Adressaten der Einflussnahme Öffentlichkeit Interessenverbände werben mithilfe der Medien durch persönliche Kontakte zu Journalisten, durch Pressekonferenzen, durch Informationsmaterial oder eigene Presseorgane für ihre Ziele Schärfere Mittel der Interessendurchsetzung sind Anzeigenkampagnen, Demonstrationen und Streiks Parteien Interessenverbände stehen teils einer Partei nahe und unterstützen diese auch im Wahlkampf Sie versuchen ihre Ziele in Parteiprogrammen zu verankern Parlamente Interessenverbände verschaffen Mitgliedern oder Funktionären Abgeordnetenmandate Als Fachleute ziehen diese Abgeordneten in die zuständigen parlamentarischen Ausschüsse ein Regierung und Bürokratie Interessenverbände verhandeln direkt mit Regierungsmitgliedern und der Ministerialbürokratie Organe der Europäischen Union Die Verlagerung vieler Entscheidungen auf die Ebene der Europäischen Union hat zur Folge Dass europäische Dachverbände auf die Entscheidungsprozesse der EU einwirken Deutschland Unter den Verbänden gelten in Deutschland über 5000 als solche, die politische Interessen verfolgen Die Spitzenverbände mit bundespolitischen Interessen können sich in die öffentliche Liste über die Registrierung von Verbänden und deren Vertretern auch Kurz-Lobby-Liste eintragen lassen, die beim Präsidenten des Deutschen Bundestages geführt wird Die Geschäftsordnungen von Bundestag und Bundesregierung sehen die Mitwirkung von Interessenverbänden ausdrücklich vor Als bedeutsame Interessenverbände mit einer im Grundgesetz herausgehobener Stellung gelten die Gewerkschaften und die Arbeitgeberverbände Historisch gesehen gab es im Deutschen Reich nach 1871 die verschiedensten Interessenverbände Zu den wirtschaftlichen Interessenverbänden gehörte zum Beispiel der Bund der Landwirte Siehe auch Interessengruppe Interessengruppe Lobbyismus Verbändevereinbarung Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017